Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir sind heute back am Start mit Young AI, dem allerechten Elias, mit einem neuen Trick. Ich freue mich sehr, sehr doll drauf, muss ich sagen. Elias, einer der Leute, die ich aktuell sehr, sehr gerne höre, auch wieder vermehrt in letzter Zeit. Und ich mich auf alles freue, was rauskommt. Ich glaube, euch geht's ähnlich. Wir haben jetzt hier Jacob & Co. produziert von Judy, Freunde, ja. Und ich bin jetzt schon gespannt, Freunde, wie das Ding wird. Ich freue mich sehr drauf. Link zum Original ganz wichtig in der Beschreibung. Lasst da bitte erstmal einen Daumen nach oben, Aufruf, Kommentar, whatever da, um das zu supporten. Ganz, ganz wichtig, Leute. Ansonsten würde ich sagen, schnuppern wir mal schön hier rein, Freunde. Wir schauen ganz kurz in die Beschreibung rein. Ey, wie habe ich nicht mehr bekommen, dass ihr ein Album released, Jungs? Bin ich lost? Wurde das gerade erst angekündigt? Ich bin lost, Digga. Okay, Album, Freunde, Link in der Beschreibung. Produziert von NBP Films. Die haben unter anderem die Apache-Sachen gemacht, soweit ich weiß, die ganzen. Oder einige zumindest. All right, wir schauen rein, Freunde, Link zum Album, zur Album-Box ist in der Beschreibung. Wir stellen noch ganz kurz auf HD. Boom, butter, bang. Let's go. Oh, was ist das für ein Beat, Jungs? Was ist das für ein Beat? Hey, er ist halt einfach so, ich versuche seinen Flow mal so freigeistmäßig zu beschreiben. Also das heißt doch, er wirkt sehr, sehr jung und sehr frei. Er hat nicht so dieses Kastendenken, was meiner Meinung nach einige Rapper heute mit einem Flow haben. Er surft so ein bisschen auf einer Welle auf dem Beat, so. Er geht einfach so, wie er möchte, auf dem Beat drauf, Alter. Fühl ich sehr. Der Beat ist ganz heftig, der Beat ist ganz, ganz heftig. Der Beat ist ganz, ganz heftig meiner Meinung nach. Da hat Judy was gezaubert. Er ist auch ein kleiner Magier. Wissen viele nicht, aber Judy ist ein Magier. Der Sohn von Houdini. Ich weiß, ich war down, guck jetzt bin ich up, uh, how kannst du mich sehen, yeah. Bitch, ich bin on top, top, host wenn Rapper, rapper, rapper wenn Hose. Ich mach keine Jokes, uh, uh, I stole five times, uh, yeah. Shoutout an Whistbusters, check mein Post, now, bitch, ich prego und post. Ehre, Mann. Ehre. Shoutouts an Whistbusters, check mein Post, Alter. Krass, Alter. Da haben die Munich Whistbusters einfach einen Shoutout bekommen. Fühle ich sehr, fühle ich sehr, sehr, sehr. Der einfach mal auch einen dicken Mittelfinger an die ganzen Fake-Rapper, beziehungsweise nicht Fake-Rapper, aber die ganzen, ähm, die mit ihren Fakes prollen und diese 0815 Newcomer, die einen dicken Vorschuss haben, sich davon vielleicht eine echte Goldkette leisten konnten und dann den Rest aus Istanbul geholt haben und dann auf dicken Player machen. Einfach mal alle hochgenommen damit. Und finde ich sehr, sehr nice, dass er die Shoutout hat, Mann. Fühle ich sehr, ähm, die Munich Whistbusters-Seite gönne ich mir auch ab und zu. Nice, Mann. Fühle ich. Bitch, ich trago und post. Ich nehm kein Nier ernst. Welche Pussy will smoke? Young Air, they go. Ich köpfe den Champagner und spreche ein Toast. Ich geh nicht morgens zur Uni. Stehe ich morgens auf, hab ich Termin bei der Bank. 30 K in 100 Euro schein. Ich hab die Hände voll und Kelly Wheat in meinem Blunt. Oh, ey, das mein ich wie er float, Alter. Er ist einfach, er hat seinen ganz eigenen Style gefunden. Und das fühle ich, weil so jemanden brauchten wir. Wir brauchen mehr solcher Charakter, Alter. Deswegen, auch ich weiß, viele mögen sie nicht, aber Bad Moms J fühle ich gerade auch zu 100 Prozent, weil sie ja auch einen ganz eigenen Stil mit nach Deutschland bringt, was ich nice finde. Nice, Alter. Ich weiß, ich kling wie ein Ami, aber scheiß mal aufs Weiße Haus und fick Donald Trump. Gute Message. Ja. Erstmal auch, oha, Maschallah, Digga. Ihnen geht's gut, auf jeden Fall. Und nice, man, weil ja immer gesagt wird, ey, so Ami-Kopie, bla, 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 du kopierst jeden Ami oder bla, 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 wird immer gesagt. Finde ich nice. Ich hab deshalb, sag ich Gott sei Dank. Ich weiß, ich kling wie ein Ami, doch scheiß mal aufs Weiße Haus und Junge fick Donald Trump. Ja. I saw Jacob, watch. Ja. Bling, bling, bitch, diktak. Du willst mich heut sehen. Ja. Say no more, pull up. Ich weiß, ich war down. Guck, jetzt bin ich up. How kannst du mich sehen? Ja. Bitch, ich bin on top. I saw Jacob. Ey, Hook fühle ich sehr. Allgemein, gerade der Song und der Style an sich, ähm, sowas hat halt einfach gefehlt. Ich finde, er hat so eine Lücke gefunden. Es war vielleicht keine Lücke da, so wir wussten nicht, dass wir ihn brauchten, aber wir brauchten ihn. Bling, bling, bitch, diktak. Du willst mich heut sehen. Ja. Say no more, pull up. Pull up. Ich weiß, ich war down. Guck, jetzt bin ich up. How kannst du mich sehen? Ja. Bitch, ich bin on top. Ey, ich kann... Ganz kurz auch mal nebenbei, musst du erwähnen, auch heftiges Video. Heftiges Video, ja. Gute Locations, sehr, sehr krass Kammerfugung und wir haben hier eine Qualität. Ich glaube, wir können sogar in 4K rein theoretisch gucken. MBP-Finds machen immer krasse Videos. Deswegen schaut uns an die Homies. Oh, nice, Mann. Ihr seid meine Schüler, bitch. Ich bin Sensei. Sensei, Benz, ey. Sensei. Ey. Vergangenheit dunkler als Stormzy, Alter. Nice Zeilen, Mann. Real Talk, er hat auch gute Zeilen, die ich einfach fühle. Zu fly für Economy. Nice. Ich bin champion, bitch, kein Nominee. Ich bin zu fly für Economy. Ey, you rest in peace, mein Nigger, B.I.G. Oh, rest in peace, I'm Prodigy. Ich bin der Champ, Champ wie AJ. Fly wie ein Schmetterling, Cash ist Clay Clay. Boss on Deck und Flow wie AK. Leute wollen Beef, doch jetzt ist Payday. Jeder weiß, ich hab die Jacob Eisdaut. Keiner hat, was ich kann am Micraub. Heute schau ich nicht, mein Preis beim Einkauf. Came from nothing, baby, lights out. Let's go, let's go. Ice out, Jacob, watch. Es ist einfach dieses locker flockig Feeling, was er transportiert, was er hat und was er transportiert. Deswegen höre ich seine Songs immer am liebsten so, wenn ich auf dem Weg irgendwo hin bin oder so. Keine Ahnung, Mann. Ich kann seine Songs jetzt nicht hören, wenn ich hier zu Hause sitze und irgendwas am PC mache. Man muss schon so, so auch on the fly sein, irgendwie unterwegs sind, sich gut fühlen, vielleicht mit den Jungs irgendwo hin. Schwert zu erklären, aber ich höre sie am liebsten, wenn einfach so Sommerwetter ist und ich einfach sowieso gut drauf bin und dann fühlt man sich einfach noch ein bisschen besser. Bling, bling, bitch, tic-tac. Du willst mich heut sehen. Say no more, pull up. Ich weiß, ich war down. Guck, jetzt bin ich up. How kannst du mich sehen? Bitch, ich bin on top. Ice out, Jacob, watch. Und auch der Beat. Der Beat ist halt wirklich ein 1+. Bling, bitch, tic-tac. Du willst mich heut sehen. Say no more, pull up. Ich weiß, ich war down. Guck, jetzt bin ich up. How kannst du mich sehen? Bitch, ich bin on top. Nice. Sehr, sehr fresh. Guter Song. Ich freue mich auf das Album. Okay, Freunde, ich werde euch den Link zur Albumbox in die Beschreibung hauen. Ja, ansonsten fand ich den Song sehr nice, Alter. Holy fuck. Sehr, sehr nice. Ich würde sogar sagen, von den letzten zwei, drei Sachen, die ich von ihm gehört habe, mit meinem Favorite einfach vom Feeling her. Weil es einfach so ein gutes Feeling transportiert hat, diesen Vibe. Ich würde sogar sagen, er hat so einen ganz eigenen Vibe, den er transportiert, den ich nur von ihm auch kriege. Er ist wie eine Mutter für mich. Er ist wie eine Mutter für mich. Er gibt mir was, was ich nie hatte. Liebe. Deswegen fühle ich es vielleicht so sehr, Freunde, ja. Lasst mir gerne wissen, was ihr overall von Elias findet, aber auch, wie ihr diesen Track, ob ihr diesen Track geführt habt, wenn ja, wie, oder auch nicht an dieser Stelle. Schreibt gerne ein paar Zeilen rein, die ich nicht gecheckt habe beim ersten Mal hören. Der erste Mal sehr, Kuss geht raus an dieser Stelle. Wie gesagt, klingt zum Original und zum Album, bis in der Beschreibung gesupportet ihn bitte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren und normalen Video. Freunde, bleibt fresh, so wie immer,